Wenn Ärzte sprechen lernen Achtung, aufgepasst! Ein gewisses Misstrauen ist angesagt, wenn uns beim nächsten Arztbesuch der Doc plötzlich anders als gewohnt begegnet. Na nun, denkt der an sich arglose Patient, der hängt ja mit einem Mal gar nicht mehr so schludrig und müde wie üblich über seinem Schreibtisch, sondern sitzt plötzlich aufrecht und locker zugleich in seinem Designer-Chefarzt-Sessel, wie so ein geschniegelter und gestriegelter korrekter Nachrichtensprecher im Fernsehen. Keine Bange, der Arzt hat nicht etwa an seinen von spendablen Pharmakonzernen und deren Klinkenputzern großzügig verteilten Pillenpröbchen genascht. Er ist wahrscheinlich lediglich Abonnent einer Fachzeitung für das Weißkittelgewerbe und setzt jetzt die neuesten Marketingstrategien ein. Spätestens, wenn der gute alte Doc nicht mehr vor sich hin nuschelt, wie Herbert Grönemeyer in seinen besten Zeiten, sondern akzentuiert klar und deutlich dem überraschten Menschlein da vor seinem Schreibtisch mitteilt, was ihn denn plagt und warum das so ist, weiß der Patient, Die Ärztezeitung verriet nämlich kürzlich, wie Mediziner die viel zitierte und gelobte, Compliance verbessern können mit ihrer Stimme. Achso, Compliance ist seit einigen Jahren das Erfolgsrezept der Ärzte. Das schicke englische Wörtchen bedeutet so viel wie Beachtung, Nachgiebigkeit, Fügsamkeit oder auch Willfährigkeit. Wenn wir unsere Ärzte, die ja nicht automatisch perfekte Kenner der englischen Sprache sind, fragt, übersetzen sie die Compliance allerdings fast ausnahmslos, aber falsch mit Vertrauen, aber das nur am Rande angemerkt. Also, die Compliance lässt sich per Stimme verbessern. Anders gesagt, willst du deinen Patienten fügsam und willfährig machen, dann lass ihn dem Zauber deiner Stimme erliegen und schon wird er ohne lästige Diskussionen brav das schlucken, was du ihm auf den Rezeptblock schreibst. Das ist praktisch, nicht wahr? Als leidenschaftlicher und geübter Spielverderber verrate ich hier mal, wie die fortbildungswilligen Mediziner ihre Stimme, die Visitenkarte des Arztes, Originaltonärztezeitung, trainieren sollen. Übrigens, nichts an den folgenden Tipps entspringt meiner überbordenden Fantasie. Ich zitiere wirklich nur einige Ratschläge des Fachblatts, nachzulesen in der Online-Ausgabe vom 30.10.2012. Das ebenso lockere wie aufrechte Sitzen hatte ich bereits erwähnt. Sollte Ihr Arzt Ihnen dabei übrigens die Zunge ausstrecken oder Ihnen heftig kauend und dabei raubtierartig gähnend begegnen, ist das kein Grund zur Beunruhigung. Er macht nur gerade sein Sprechtraining. Zitat Ärztezeitung Verständnisvoll lauschen sollte der geduldige Patient dem Arzt, auch wenn der papageienhaft die bedeutungsschwangeren Worte hmm oder aha wiederholt. Übrigens ohnehin eine der beliebtesten Reaktionen von neunmal klugen Medizinern auf das dumme Patientengeschwätz. Aha und hmm sind nämlich laut Ärztezeiten Ratgeber die idealen Mittel, um die sogenannte Indifferenzlage der Stimme zu üben. In dieser Lage hat laut Ratgeber die Stimme nämlich den besten und vollsten Klang. Dann klingt sie natürlich und wird als angenehm erlebt. Das stellten die Marketing-Experten fest. Aha. Und ein gewisser Dr. Thomas M. H. Berger, der nicht nur Dermatologe, sondern laut Ärztezeitung auch kongenialer Kommunikationstrainer ist, hat schließlich noch den ultimativen Ratschlag parat. Sätze beenden. Aber nicht einfach zu Ende bringen. Das ist ja zuweilen schon gar nicht so einfach. Nein, runter mit der Stimme, fordert Dr. Thomas M. H. Berger kategorisch. Warum? Bleibt die Stimme, hat man denn endlich ein Satzende gefunden, nämlich oben wird eine Frage daraus. Hm. Also ganz ehrlich, mir ist mein nuschelnder Lieblingsdok, der müde und überarbeitet, wie ein nasser Sack in seinem alten Schreibtischstuhl hängt und seine Sätze oft nicht wirklich zu Ende bringt, doch lieber. Da fällt es mir nun mal viel leichter, auf die blöde, willfährige Compliance zu pfeifen. Nach wie vor seinem Marketing-unerfahrenen Arzt vertrauend und ihm gerne und fröhlich widersprechend grüßt, Ihr Norbert Josmaas, Euer Jos. Untertitelung des ZDF, 2020